Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, was ab und zu mal auf diesem Kanal kommen wird. Ich hatte es schon mal angekündigt, weil es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, dass ich das ab und zu mal bringen möchte. Und zwar habe ich lange überlegt, ob das auf den Strategie-Kanal kommt oder auf den Hauptkanal und habe mich dann entschieden, dass der Hauptkanal für mich die schlüssigere Entscheidung ist. Also ja, Overwatch ist final jetzt draußen. Es wird kein typisches Let's Play Projekt an sich, sondern es kommen davon ab und zu mal ein paar Runden. Je nachdem, mit wem ich spiele, manchmal im kompletten Pre-Made-Team, manchmal alleine, manchmal mit einzelnen Freunden oder so. Und ich werde das immer so machen, dass ich eine kleine Einführung gebe und quasi kurz erkläre, was die Runde passiert oder was dieses Spiel passiert. Und dann laufen die Spiele an sich quasi ohne Anmoderation. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Und ich habe heute zum Einstieg zwei Spiele für euch rausgesucht, beziehungsweise zwei Spiele aufgenommen. Zuvor muss ich sagen, ich bin noch kein Mega-Profi. Ich denke, dass ich das Spiel zumindest halbwegs schon mal ein bisschen kann. Ich habe noch ein bisschen mehr Potenzial. Also ich trainiere natürlich und hoffe, dass ich besser werde in dem Spiel. Und ja, zuerst habe ich heute zwei kleine Runden, wie gesagt, für euch. Die erste Runde ist mit Junkrat und Genji. Wer die Helden nicht kennt oder noch eine klare Vorstellung von dem Spiel haben möchte, da wird wahrscheinlich die Tage ein bisschen was kommen. Also da werde ich vielleicht zu einzelnen Champions noch ein bisschen was bringen. Vielleicht auch mal so ein paar Counter oder sowas vorstellen, so ganz klassische Spielweisen. Graue ich mich jetzt aber noch nicht ran, weil ich noch nicht so mega erfahren bin. Also ich will da erst noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und dass ich da nicht irgendeinen Mist erzähle, der vielleicht komplett falsch ist. Ja, wie gesagt, zwei Spiele. Erstes Spiel ist mit Genji und Junkrat. Zwei meiner Lieblingscharaktere. Spiele ich beide sehr, sehr gerne. Und das zweite Spiel ist ein relativ schneller Rush. Das geht auch nicht ganz so lange. Das zeigt einfach, wie das Team, das Gegnerteam irgendwie komplett unvorbereitet getroffen wurde. Also das irgendwie nicht so ganz klasse gemacht hat. Und wir aber dann, ja, nach dem ersten Erfolg eigentlich ganz gut durchgegriffen haben. Das vielleicht mal so kurz vorweg. Ich hoffe, euch hat es gefällt. Und falls ja, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und lasst mir doch mal eure Meinung zu dem Spiel in den Kommentaren. Ist ja jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen gehypt. Aber ich persönlich habe echt viel Freude an dem Spiel. Und deswegen werde ich da vermutlich auch ab und zu mal was bringen. Ansonsten werde ich vermutlich am Subday das Spiel eine Runde spielen. Vermutlich auch mit Subscribern, also auf Twitch. Und habe eine Version dafür auch zu verlosen. Also eine Version kann man dafür dann auch gewinnen. Das vielleicht nur ganz kurz an der Stelle. Also viel Spaß mit den beiden Runden. Und ja, bis dann. Also, ne, jetzt, ne, noch nicht jetzt bis dann. Aber es gibt keine Abmoderation. Vielleicht das auch noch. Aber geht jetzt auf. Äh. Äh. Erstmal weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme erstmal Junkrat. Und dann schauen wir mal, was die Gegner so haben. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Zum Sterben. Zum Sterben. Mit der Heere. Was macht dieser, vom Widowmaker, der kann so ein Geschütz schießen oder so. Was ist denn das? Geschütz? Äh, ist so eine Mine. Ach, und wenn die durchlaufen macht, kriegen die Schaden oder was? Ja. Giftgas war das doch. Ja, und du wirst benachrichtigt, dass deine Mine ausgelöst ist. So kann dich niemand, äh, halt von hinten überraschen, wenn du snipest. Ja. Prepared einfach. Aber soll ich denn als Reaper hin? Ich bekomme ja zwei Hits, bin tot. Als Reaper zwei Hits und du bist tot? Na, jetzt würde ich aber mal bezweifeln. Kannst du aber einfach weg, abhauen. Dann kommst du hin. Ja, aber es sind mehr als zwei Hits, aber man kommt, das kommt eben auch mal vor. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich will nicht sterben. Wir haben eine Tracer. Haltet statt Männer! Yes, man, dauer mit ihm. Tracer, hinten. Gibt es noch eine Tracer? Der Roadhog ist ziemlich scheiße. Roadhog kann sich wegporten. Ja, relativ häufig. Jetzt, 100% Kill. Halt dich, halt zurück, genau. Oh, und back, und back, und back. Wir haben zwei Mercys, ey. Get bold, Freddy. Yes. Yes, noch mal. Yes, Heilung. Hauen weg. Abhin. Nice, Jungs, nice. Na? Das ist der Winston. Oh, ulti. Abhin. Und weg. Was macht denn Winston? Was ist die Ult? Was ist denn die Ult von dem Widowmaker? Hä, was war das denn für... Was war das denn? Da kommt weg, ne Ulti an. Was macht Mercy denn da? Sterben. What the fuck, alter. Nice. Die Ult von Widowmaker ist... Ab da oben. Wo bin Winston? Wallhacks, dann sehen wir, wo die ganzen Typen sind, auch durch die Bände. Okay. Nice, man. Ich weiß, meine Fallerei. Das ist ein Genji neben mir. What the fuck, der im Bastion. Ich bin ja auch schön. Wir im Bastion hinten. Oh, Bastion. Hinten Bastion, pass auf. Ja, hat mich ja Bastion, ich bin down. Ich auch. Ja, bleib ein bisschen weg, geht nicht so hart auf den Bastion. Guys, geht doch nicht so hart auf den Bastion. Haben wir Reinhard am Start? Reinhard könnte schildbar haben. Ja, der ist extrem schnell weggelegt. Ja, bringt nichts. Jemand muss Bastion. Das war ein guter Hook, ey. Okay, beziehungsweise. Der wurde zurückgestoßen. Ja, das ist wegen Bastion, weil ja, dein Bastion war in Bastion, da muss man auch passen. Das ist hinten, wir hatten, ich bin neben dir. Von wo, von wo? Direkt nehmen wir uns. Absicht. Yes, nice. Nein! Ach, Mann. Könnte es sein, dass die bei ihr was am Damage gemacht haben bei Tracer? Vollstrengt sich nicht von allein. Kann sein. Bei Tracer ist es so. Doch wir sind in der Beta, hat die definitiv nicht so viel Schade. Ey, hat die echt die Bombe eigentlich reingeklebt und wir hast es nicht mitgenommen. Hat ein bisschen mehr Burst auf jeden Fall. Äh, abzimm ich oder dich, nur habe ich halt keinen Unterschied gemacht. Wäre ja ne, wieso gestimmt. Ich hätte Eindrucken sollen einfach. Nee, ich war bloß. Alter, bin ich fast schlecht im Zielen. Ja, das ist ein schlechtes Weg gewesen. Ich muss weg, ich muss weg. Ich brauche Healung, 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 Healung. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich habe jetzt gesprochen, wenn wir eigentlich irgendwer abzuhalten. Genji wäre ganz gut, wenn der nieder kann. Ich kann Genji, aber... Wir haben fast einen Checkpoint. Es ging Bastion richtig, richtig krass. Diva ist auch ziemlich gut. Sogar auch gegen die Tanks. Wie die halt mad auf mich war, wie die nur auf mich gegangen ist, die Chase Tracer. So ein Lappen. Und ich habe den sogar noch fast down gemacht. Bastion auf dem Ziel, auf dem Ziel ist Bastion. Oh fuck. Ich switche zu Diva. Falls ich mal Tealer machen will, kann er ruhig machen. Fuck. Ich werde nichts. Ich werde gefokust, man. Ach komm. Jetzt steht dahinter die ganze Zeit so ein blöder Healer. Ey, wie schlecht sind die denn? Wie schlecht. Das ist der Bastion, oder wie? Ja, ja, ja. Mann, das ist richtig. Das ist jetzt blöd. Wir haben sie einfach so gut gekauft. Haben die zwei der Genjis, oder? Wir sind immer zu zweit. Immer. Ich kann nicht alleine machen. Doch nicht der... Och, nein. Ey. Ich muss das mal schneller raften, einfach und eindrücken. Also, dass ich hier dieses Unsicht-Parting mache. Kann man leicht so leicht runterlaufen. Ja, wenigstens hat er seine Ulti gewastet. Ja, Schild, 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 Schild. Nach vorne pushen. Wo ist sie, wo ist sie? Ja, Tracer. Ja, wo wird die wohl sein? Wahrscheinlich versucht sie in den Rücken zu kommen. Hier steht da schon auf den Scheißling direkt drauf. Meine Fresse. GG. Yes, der... Nein! Nein! Keine Chance. Keine Chance. Und dann belebt sie den wieder. Ich weiß nicht, was das gerade war. Nice. Ich hab die Charge Attack gemacht. Ich bin aber die ganze Zeit nicht vorwärtsgekommen. Oben ist noch einer. Wo ist Tracer? Ja, ist Tracer. Ich bin mit der Charge Attack von Reinhard abgestanden. Scheiße. Was? Bis sie jetzt sind. Na hinten, der ist gecharged. Da hinten sind sie wieder. Alle. Ja, fuck. Ich hab nicht aufgepasst wegen dem blöden Affen. Ulti, Ulti vom Affen. Ulti, Ulti vom Affen. Kann man eigentlich töten mit der Ulti? Ich hab Tracer gekillt. Nice. Kann man eigentlich so killen? Game. Yes. Ich hab auch den Ding gekillt. Alter, dieser Schadensboost von Kenny. Ultimate einfach. Fuck. Der Rage. Ja, ich hab grad 5er K-Streak gehabt. Und dann sterbe ich. Weil ich reingedingsst werde. Ich hab zumindest 2 von denen beschäftigt gehabt. Was? Oh, nee, der Panzer. Okay. Reapers Routy ist so schwer zu timeen einfach. Der hat sogar nicht 11. Ich hab Tracer wieder gekillt. Nice. Ich hab mir das ehrlich. Ach, komm. Von wem hab ich denn so viel Schaden gerade bekommen? Hat der mich getroffen, der Typ. Was? Der parriert meine Ulti? Der parriert alles. Der parriert alles. Oh, normal. Ich mach mal der Ulti, der kippt mich selber. Ach, ich hab mir gesagt, wirklich? Ich bin ernst. Ja, was ist das zu machen? Ja, da ist ein bisschen schon wieder hinten. Ach, komm. Keiner wäscht. Bullshit. So, Bullshit. Ich hab den fetten. Alter, können wir noch schaffen. Ah, die kommt von hinten, die kommt von hinten. Die hinten. Ja, da wo Rio Cut ist. Ich bin das. Absinthe. Nice. Sehr geil, Digga. Wie hast du denn das gegen die zwei gemacht? Multi gezündet. Was macht ihr das? Nein, er... Witzen-Ulti. Ich hab Münzen. Nice. Oh, wir haben das doch gewonnen. What the fucking shit, ey. Kann mir immer wieder erklärt, wie wir das doch gewonnen haben. Boah. Ich hab nicht viel gemacht, aber das, was ich gemacht habe, war nützlich. Zum Schluss hin. Ich bin's nicht. Schade. Ich dachte gerade ich wäre es, weil ich hab auch ein paar ganz gute Plays gehabt. Oh Gott, was hat er da... Der ist doch abgegangen, Alter. Guck mal, wie er mich geholt hat. Der hat meine Ulti ge... Guck mal, ob er meine Ulti noch gekontert hat. Ja, das sind halt Projektile, ne? 28 Eliminierungen. Ich hab mehr als er. Uhu. Du hast mehr als ich sogar. Los, wertet den Support hoch. Den Tank-Support. Ja, ich hab gerade den zum Tank auch gewartet. Ich hab auch Dennis mal gegeben. Ich dachte so'n Wündchen. So kurz vor Ende hab ich den Bastion nochmal richtig genutzt. Ja, war ne ganz nette Runde, muss ich sagen. Die war echt ganz witzig. Hat echt Spaß gemacht. Aber sehr intens, ey. Ich bin mal im Grupp. Ich spiele mal Tracer. Spiele ich mal Tracer? Ja, go, go. Weil wir haben keinen offensiven Helden und wenig Team-Schaden. Aber Tracer macht nicht viel Schaden, oder? Aber Tracer macht nicht viel Schaden, oder? Tracer macht ziemlich viel Schaden. Doch. Tracer ist übertrieben krass. Die Ulti... Boah. Ist das zwei Support zu viel, oder reicht ein Support? Ein Support reicht. Wenn dann eher zwei Tanks anstatt zwei Support zu viel. Macht halt auch noch ein bisschen mehr Schaden als in Erbieter. In Erbieter war das wirklich fast nichts. Oh, das ist ja D-Map. Oh, D-Map. Spiele ich dann Tracer, oder? Ah, ich spiele Tracer. Leute, was kriegt ihr da untätig rum? Das reicht jemand nach der Abfall. Aber ich hab die... Die Map mag ich nicht. Warum hab ich denn überall keine Sprays? Ich muss mir immer mehr Sprays ausrüsten. Ja, okay. Alter, was? Ah, guck mal. Ich hab'n... Ich hab'n Spray. Ja, das sieht man ganz, ganz gut. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, wie du Text magst du über? Stopp. Ey, sie sieht witzig aus. Das... Das... Das sah gerade aus, als würde... Ähm... Mordekaiser sag' ich schon. Als... Als würde Reinhard Well Played sagen. Ich sag' schon Mordekaiser. Er nicht aber hart an Mordekaiser, oder? Ja. Ja. Auch nicht. Fuck! Sorry. Boah, alter. Fuck! Ja, der Snipe die ganze Zeit einer. Und ich krieg' den runter auf 8 Beben. Und dann... Findet er mich und killt mich. Ja, deren Widowmaker. Läuft! Rein, 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 push! Da ist ein Bastion drin! Da ist ein Bastion drin! Nein! Fuck! Ey, was für ein... Wie kann man so ein Noob sein? Ich hab' den Bastion. Ich hab' den Bastion. Ich hab' den Bastion. Bastion dead. Was für ein Skill muss man haben, einfach... Ja, das waren die gerade eben, die halt auch mit diesem... Assis Scheiß da... Gepusht haben. Ne, doch nicht. Das ist wieder eine andere Konfi... Äh, eine andere... Ähm, ähm... Ding sich, ne? Go, go, go! Aber wir sind schon ganz gut drinnen! Go, go! Fuck! Go for it, ich bin am Punkt! Oh, nice! Okay! Doppelkill! Leute, guck mal, wo ich chille! Nice! Rausgecharged! Einfach! Nice! Gleich weiter chargen hier! Ja, direkt so, weil ich so verwirrt sind! Ja, okay! Direkt rein da! Los, 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 los! Nice, jump! Schucks! Hey, ne, 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 ne! Ich habe mich selber gerade gekillt! Frontal! Ich war ein bisschen zu... Ich war ein bisschen over-engaged. Da bin ich zu tief gegangen. Ja, gleich! Push, push, push! Ja, euch geht schon nicht los! Weg mit dem! Push, push, push! Ich bin auch vielleicht wieder... Oh, da komme ich ja gar nicht rüber. Nevermind. Ja, Mann! Nein, die Rolltis! Nein, verdammt! Oh, fuck! Ich habe mal den schafften! Ich gehe aber nicht mal zurück, oder? Die erste... Das ist es nicht mehr, nee! Wir haben das Checkpoint erreicht. Also haben wir ja schon mal ein dritter gesaved. Okay. Dann wird der Push. Na komm, noch eine Runde. Los, go! Mein Schild ist da! Hab den Besten! Ok. Rein! das war ziemlich ziemlich gut gespielt sonst durchgedrückt was sieht echt aus die morde kaiser einheit des spiels lässt sich jetzt nicht los deswegen ist dieser so lang geflogen ich habe mich schon gewundert ich dachte gerade was da war kommen ist sie da so lange sind so schwer aufklärung hallo da musst du nichts machen als ulti zu gelicken und ja doch ich habe es geschafft musik